... hier in Blackwater, stellt 20 Leute, die unbewaffnet sind. Die müssen bewaffnet werden. Das macht der Rest von Blackwater. Der Rest von Blackwater holt die Waffen und bringt sie dahin. Nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, das Parlament zu halten bis Missionsende. Wenn wir, dort ist noch ein Abgeordneter, Stanislav Braun oder wie der heißt. Das meiste wird sich hier abschwehen. Das heißt, wir müssen das Parlament die ganzen 40 Minuten oder wie lange das geht halten. Halten. Halten bedeutet, im UG oder im Obergeschoss befindet sich kein Gegner bei das Spielabwiff. Okay? Das ist alles. Hört sich einfach an, aber die werden da massiv rauffuschen. Okay? Das heißt, wenn es nicht losgeht, Abfahrt, aber volle Abfahrt. 5, 4, 1, 2, 1, go! Nein, 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 nein Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich guck, musst du hier von hinten kommen, die hier auch. Ja. Bleibt ihr drinne? Ja. Ja, dann los. Los. Los, 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 los. Warte, warte, warte. Geht? Ja. Und Treppe hoch. Ja. 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 Ja, aber wenn ihr, wo müssen wir jetzt hin? Hast du eine Karte bei? Ja. 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 Und wo müssen die jetzt hin? Die müssen jetzt da rüber. Also denke ich mal, ist das Foyer, wo sie hinwollen. Wir müssen irgendwie bloß querten. Aber da ist doch nichts. Ja. Ja, deswegen weiß ich auch nicht. Ich sehe die Beine. Ah, da. Ja. Ich hätte das alles für Erste und Hintergrund gehalten. Ja, der kaputt gerade. Dann los. Dann jetzt Selbstmordkommando und rauf da. Ja, Fingers. Die brauchen wir. Alle Mann fünf Meter vor. Fünf Meter. 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 Na komm schon. Ach, hier. Alles klar. Fünf Meter. Fünf Meter. Fünf Meter. Fünf Meter. Ach, hier. Kein Bockst. Das war's.